er wird man sieht alles steht ihr da im Wald ja ja okay wir kommen zu uns und umgekehrt als er auf den Waldrand aber ich habe euch wohl sich in der Hand wir kommen von morgen rechts rechts vom Feld aus da bis und wird sich für uns erneutel auch nicht durchs in der Zeitung Prozent und wird ausgeführt der Proteste der Doppelkoppelkommissionen okay und von mir wenn ich schon lassen Lassen stehen verschillte m im Volk und Ruf mehr schiebt Wobbappen der Vorredner das wurde er so erinnert was schnell noch einmal raus so ab und bekommen es ist drei Leute Peter und Peter der Fall ist ab und macht die Tür auf Leute, ich brauche mal Essen. Da braucht jeder. Da kommt keiner hoch. Achtung, ich komme. Achtung, ich komme rein. Ich bin der. Ja, ich komme. Das kommt auch noch einer. Wir sind das. Okay, der Letzte macht die Tür zu. Und das bin ich. Ich gucke so, ich glitzte gerade ein bisschen raus hier. Okay, jetzt bin ich hier in Elektro. Hat hier mal was zu bringen oder zu essen für mich? Lass mal weiter, das gibt nichts. Hier gibt es echt nichts. Komm so, komm zu. Ja, dann gehen wir jetzt weiter zum Topnet. Das geht hier glaube ich nicht, oder? Doch, doch, das geht, das geht. Leute, kommt jetzt, wir gehen weiter. Also das geht aber nicht bei jedem. Wir hängen da oben rum. Wir wollen jetzt was zu drehen. Ach ne. Die meisten brauchen wir Essen mal. So, dem A geht wo? Ja, dann fehlt eigentlich nichts. Komm hier runter? Dann hast du dich weggeschossen. Komm mal jetzt. Los, komm, wir gehen einfach weiter. Kommt jetzt hier, Hampelmänner. Geh weiter. Ja, komm. Mir geht es einfach voraus, das hat keinen Sinn. Nein, es ist nur hier, wir kommen, alle. Ja, wir bleiben jetzt hier erstmal. Ja, wir bleiben jetzt mal. 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 Ja. Laugh, laugh, laugh weiter. Schau mal an den Turm rein. Ja, kann auch rein drin. Entschreit gehen, das Port und wir gehen fort zum Power. Pass auf, dass da kein Schafel zu drin was. Ja. Da ist keiner. Ja, komm doch mal mit, Alter. wir sind nämlich schon fast da allein der genau und drei ich weiß er hat das er redet wahrscheinlich mit dem dumm Kumpel drücken wusste eigentlich hat man nicht mehr geht aber war die Tüter vor Ort die ist überhaupt ich muss auch noch probieren die Barat was macht der ja nicht mehr in der Wand es gibt noch gut die äh eine Reelschiene für die M4 liegt hier unten so dass mit einem mit Reis das war einfach die ganze Zeit reinkriegen oder was sollte drücken ich bin drinnen hallo sieht die Reischen dort für die M4 warte aus der Strecke die kann man nicht sterben ach nee ich brauch das jetzt ja wenn du mal kurz warte dauernd wer würde die Reischen haben dauert das Reischen er wie kommt man da rein die Kostel auch für die Hälfte das kann man auf die Fettdorfer ich habe auch gelandet das ist aber auch da wird die Nutzung hier oben auf dem Akkurs wurde die Karten hier oben aber dies glaube ich denn mit ja schon nicht das war nach weil er auch noch kommst du nicht nur ein macht jetzt in der reise weil hier liegt er für die FHF der Jungs wird sie nahe bei dem Tauern ja wir gehen jetzt weiter er geht ins Geld in den Tauern das kommt jetzt kommt und gibt es ein die Vorzehung mit dem Ort 1 2 der Beginn der Sündung geht ins 2.000 n das wird sich gelassen bei der Fabrik gibt es in der 4 er wird hier ist er in der Paprik gibt es das Leben aber da wo alle rechtes Zeug er liegt noch recht so gut leute der letzten Handlung das so kräftig so wir sind jetzt beim Anger Team Bissmann immer noch kompliziert Prozent Prozent wir gehen jetzt erst mal in Hanger rein ich leute auch ganz schnell das zählt auch Leute bei der Welt die Barraken trüben auch darauf hat es wird auch hoffen er hat es ihr Wort mit einer dritte Betriebe hat das auch ich gehe zu reinkommen das ist auch nicht ob es keiner ich gehe im Raum oben alles war hier ist eine Handcourt für deine M4 ich habe aber so ich habe auch schon eine Handcourt ich weiß nicht welche besser ist rot und orange ah da ist ein Helm ich habe er war kann man eigentlich er geht ab wie der Welt so erhältlich kann man sagen wir gehen wieder runter könnte kurz warten trinken und schlucken das nicht erstellt er war mal kurz der 4 das ist kompletten der server so kacke hier ist ein Führerklang was? Führerklang mhm so okay wir können wieder gehen weiter äh Leute könnte ich mal mit dem Speck gehen von dem hier oben wenn ich hab was machen oder das nicht mehr schützt werden unten meinst du? und wenn man nicht schüttelt da hat sich das gekriegt der GmbH vorhanden okay drauf ist da wird es noch mehr stoppen oder die wie das bergte er er braucht die Welt mit den anderen und eigentlich an dem turm aber hier war das ruhig abgeknallt wurde der baracken aber nicht hier auch nicht so leute ich muss mal ganz kurz weg ich blick nicht um bald auf da vorne die Dinger sind offen ok einer mit das letzte Haus hat drüben mit dem man nicht abzuhalten wer hat mir mehr mehr mit dem Lungen den Klick in der Ordnung das ist eine Militärung nicht mehrmals Reisein auch endlich Essen wir gehen jetzt los im Toten Geld hier liegt noch mehr Waffe du brauchst du mich nicht mehr wissen schon ganz Rucksack voll Nutz ich kann die Waffe looten welche Waffe denn deine angeblich ich hab jetzt da ey du hast meine Mosin raus Muni rausgenommen ja wieso ey lass mich mal den Rucksack nehmen erst mal hier liegt doch ne Waffe ey ey ich hab die Waffen Rucksack Rucksack Loll Alter wem gehört der Rucksack dann nehme ich deinen P.U.S.C.O.P. oder lass gib mir die Waffe warte warte ich nehme sie mit hier liegt Treen Tacky geschockt hast du genommen das P.U.S.C.O.P.? hast du das P.U.S.C.O.P. genommen? ich versuche die Waffe zu nehmen die ganze ne eine verschwindet dann Leute wie spät haben wir so ne ich hab meine Leute du hast mich rausgeklitscht hast du meine Waffe? ja ja warte geil komm rein komm rein ich hoffe meine M4 verschwindet nicht ok sollen wir zum Militärbase? ja geh mal komm wo ist die? hier direkt hinter mir steht da gibts viel Messerfels ey ne jetzt hast du meine Waffe ey du hast meine Waffe leg die nochmal runter jetzt hast du mir einen Long Range Scope drauf gemacht ich haha ich ja cool weg geh nur mal runter ja 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 pass auf dass hier keiner liegt ne sonst jetzt hab ich's wieder getauscht ne jetzt hast du wieder P.U.S.C.O.P. ok hast du den gelegt? ja warte ich leg den mal an ja warte bleib mal still ich will wissen was für ein Handguard du hast will ich mal au ja hier ist es will ich mal Victor das reinste Paradies der Munition hat das Paradies nein das nimm dir mal das Handguard den Handguard Leute aufpassen ihr könnt auch überall Typen rumhocken da wo hier liegt auf der Treppe ja ok und dann kannst du das Weapon-Flashlight drauf machen normalerweise Leib daheim aneinander ne jetzt das Weapon-Flashlight ja hab ich drauf super so wo seid ihr? wir sind nämlich so Team B geht jetzt zum zweiten Jail mh einer weniger ja ja wo ist der andere? ist so alter was möchtest du ich kippen genau eine der anderen Typen ich höre ich höre ich höre ein Zombie und die haben wir weiter weg mh akob Visier und es ist bitter Damaged wieder Essen gefunden wird heute doch noch was ich höre ich höre doch noch was ich höre doch noch was ich brauche ganz dringend was zu essen weil ich sterbe sonst komplett ich bin fast auf Rot ja ein 60er Magazin und ein 30er Magazin direkt neben dem Hammer eine Dose habe ich Flo hat Essen magst du es mitnehmen? ja Flo hat Essen ja ich hab noch eines ich kann es gar nicht mitnehmen auf 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 40er und 20er Magazin wir gehen in die Polizei rein nein doch ja ne da waren die anderen schon ok seid ihr noch in den Baracken? hier in den Baracken links hier in den Baracken links würd ich sagen jeder geht in eine Baracken ja wer ist das ich bin das Mann voll aus so wo ist der? ich gucke dir rein ich geh links rum ich geh in die linke Baracke ich hab ne Maske und du frägst mich noch hier ist ein Scope nee PU Scope ist es hier ist noch ein Bayonett für dich da dein M4 hier liegt ein Long Range Scope Leute kann ich aber nicht benutzen warte das ist du musst erst du musst dein ich teile dein Fall erst runter machen ich hab ein Long Range Scope für euch dann das drauf und dann in den Schallwerfer Marcel Leute hört mir zu Leute hört mir zu ne Schalldämpfer geht nicht entweder Messer oder alles klar brauch deine Empfehlung nicht könnt ihr kurz hier warten damit ich was esse das ist abgekannt weil sonst sterbe ich wo bist du ich nehm das Messer weg ich bin bei euch drin hier hinten hier 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 Schalldämpfer ist schon besser jetzt äh wir brauchen jetzt äh die das Long Range Scope noch immer leider wir haben glaube ich jeder wir haben glaube ich jeder Bob Mini immer da braucht ihr das ich warte euch alle sag dir wer es braucht man ist doch den Scheiß jetzt eh rechst in die Hand nein ich will aber das nicht in die Hand da rechst in den Platz jetzt gehts Irgendwo seid ihr wartet einer Baracken er geht nicht mehr in vier Leute bei Köln ich muss schießen auf ein Zombie und ein Gold ey wir brauchen noch wer in Simoni ne wir haben genug ich hab ich hab ich hab noch was geben wo 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 ich hab noch die Zombies hier ja gib mir ja komm her ihr seid immer noch da ey cool ist mir nicht ey mein der sie spinnt das ist unglaublich so alles er schießt durch Zorn er ist auch endlich ja jetzt sind sie weg wir sind Baracken bin ich drin aber ihr seid alle da oh man eine Gasmaske eine Gasmaske sind die bei uns oder wo lass lieber meinen Helm auf nehmen die Gasmaske das das wir können weiter ich glaube ich nicht gleich mein Kopf schießt für die Schuhe ich bin wo 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 ein 60er Marathon mit voll Achtung mit und Zombie ich hole ihn und die Reste Leute das ist eine Scheibe kaputt abgeschossen Leute habt ihr die Munition mein Kopf ist ok war einer für den Bunker lag da bei euch irgendein Wuchser komm oder so klar hier sind Baracken rote Prozent die die Zeit er hatte die Sportverein da hat er vor 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 Prozent weil ich habe gerade um so Sportverein geliebende Ammo den vor Ammo alle von Ammo die 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 Ammo die Ammo die Reste sie viel im Micro du auch der wie M lång der Kommer es wird kein Mensch ich weiß nicht wo du bist ja ich bin der Händler gesteckt wollen wir dann das überreicht wollen wir dann das meint das Dorf verlassen der Welt in den Wald wenn die Wurzerno Kost nächste Lino Kost oben links in der Karte der Nutz große so die hat und so die Runde gehen es wird bei den Zelten zurückkommen Warte ich erst mal schnell was Leute bleibt ein der Wendel ist keine Spiele ich weiß nicht die Runde gehen das schießt hat geschießt Zomberg geschießt Zomberg Schöpfchen wer hat das aber so wird er mit in die Zeitstadt und jetzt ein bisschen jetzt dachte ich da steht einer drin aber es ist nicht schwierig bei dem man eine schwarze Hose oh hier gibt es endlich mal wieder Loot seit wann gibt es in den Zelten wieder Loot das war schon die ganze Zeit im Ort und gleich vier und nicht nur einfach zu ja die in den Standort Visier drauf wo bist du zum Zelt wenn wir hin zu können der GF das sind zu zwei Lastwagen davor einer ist umgekippt mit der Seite okay vor der Baracke wir sind halbwunden in der Woche hat einer von euch in Orangenen Rucksack an und der Maske genau okay den schieß ich jetzt auch auch nicht mehr ja der Geräte hat jemand gebrochen aber ich geht auch mal diese Worte wo bist du kein Bock Prozent bei den zwei trucks die umgefallen sind ziemlich in der Mitte was machst du da hin ich hab geguckt ob da von dahin kommt hinter der glaube ich auf der Straße es ist ein da ist auch ein strommast daneben auch von uns bei einem Blöck-Korrenten wenn wir zu den Proletten das Reckner und auch was weiß du was ich suchte ich und da waren wurden ihr habt gerade geschossen wird nicht und wo bist du mit dem Stil der Stasier die Probe der Wurzelstrom was geht das ist überreicht ist das Problem bei Jürgen ja auch er hat er auch da läuft da noch aber nicht verstanden aber schon will sie sich ja wo es wäre ich bin der schwarze das liebte die spielte Baracke der wurde schwarz zu bekannten aber schön die dass sie mit Evo seit jährlich in der Mitte von dem nämlich ehrenamt von dem Wagen 3 Stück 4, 5, 8 Und Ich werde das deutlich haben Was für ein Wagen? Das sind diese Lastwagen da Bei den Zelten Genau in der Mitte Ich habe eine OG, wie wir verstehen Nein, sehr gut Boah, kann jemand den Gruber schreiben? Der geht auf die Eier So, jetzt Bin jetzt aber auch mal weg Seid ihr fertig? Ja Ey, wer hat eine grüne Tasche? Ich Welche bin ich in der Tasche? Ich Das bin ich auch, im Zick-Zack Gibt es denn dann auch was? Ich würde sagen, wir treffen uns vorne auf der Hauptstraße Ja, mach mal so Bist du mir total Ich bin jetzt wirklich, lock mich aus Machst du Feierabend oder was? Ja, ich glaube auch Ich mach noch hier ein letztes Bild von uns allen Ja, wo bist denn du? Auf der Hauptstraße oder was? Ja Okay, ich sehe jetzt die Hochhäuser schon Bin ich auf der Straße? Du kommst voll zu spät, Mann Wer schießt denn freiwillig ab? Niemand Alles klar, ich laufe ihm entgegen Hey, wie geht's? Hey, wie geht's? Oha Da kommt einer zu uns Wer war das jetzt? Wer ist das? Ich bin das Oh, Schock Wie das war so Läuft ihr weiter? So, somit sind so viele übrig Mein letztes Bild Ciao Zombie Dann mach ich jetzt die Aufnahme zu Ende Schau mal, schaut mal da hinten, was da läuft Am Ende der Straße